Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich einmal mit euch über das Thema Intrigen sprechen und intrigante Personen. Es gibt in der letzten Zeit so viel, was man auf diversen Plattformen sieht. Viele intrigante Personen, die genau das Gegenteil davon meinen, was sie sagen, die uns alle in Stich lassen, egal in welcher Hinsicht. Daher ist es wichtig, dass wir in unserer näheren Umgebung auch Personen haben, die es ehrlich mit uns meinen und die für uns da sind. Wenn ihr solche Leute habt, mit denen ihr auch über alles sprechen könnt und wo ihr euch wirklich sicher seid, dass das nicht weitererzählt wird und dass die immer ehrlich sind zu euch, dann seid froh darüber und freut sich mit diesen Leuten, weil die sind heutzutage extrem rar geworden. Und da spreche ich jetzt aus Erfahrung, man kann die Leute nur vor den Kopf schauen und nicht hinein. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, bleibt cool und gesund über ein kostenloses Abo, eure Kommentare zu diesem Thema und natürlich ein Like würde ich mich sehr freuen. Euer Maik. Danke.